Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinen 5 Tipps um 10 Jahre jünger auszusehen. Ihr habt vielleicht den Titel schon mal gehört, das Ganze ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe im letzten Jahr oder was, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr meine ich, ein Video gesehen von meiner lieben YouTube-Kollegin Yasmina Filali. Die hat ein ganz, ganz tolles Video gemacht, 5 Tipps um 10 Jahre jünger auszusehen, was sehr gut angekommen ist bei vielen. Und mir sind noch ein paar mehr Tipps eingefallen. Also ich habe heute meine Tipps für euch, die sich natürlich von Yasminas Tipps unterscheiden. Trotzdem wollte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken und einfach ein Video dazu machen, ohne etwas zu ihrem Video zu sagen. Und deswegen verlinke ich ihr Video auch unten in der Infobox und auch hier oben unter dem i. Einfach nochmal, wenn wir Glück haben, gucken wir uns beide Videos an und sind dann gleich mal 20 Jahre jünger. Nee, Spaß. Also es geht darum, sich jünger und frischer und besser zu fühlen. Und das, was sie auch schon damals in ihrem Video gesagt hat, manchmal ist es leider so, dass wir 10 Jahre älter aussehen, als wir sind, durch Umstände. Und da ist es vielleicht von Vorteil, wenn man so ein bisschen tricksen kann mit kleinen Mitteln, um einfach 10 Jahre jünger auszusehen, um dann wieder seinem Alter entsprechend durch die Gegend zu laufen. Das nur so am Rande. Es gibt natürlich ein paar Tricks. Das alles ist nicht ganz so ernst zu sehen. Es ist nur Make-up. Sagen wir es so, wie es ist. Trotzdem möchte ich diese Tipps gerne loswerden an euch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video. Tipp Nummer 1. Vorbereitung ist alles. Was meine ich damit? Gute Haut natürlich. Also es ist unheimlich wichtig, seine Haut das ganze Jahr über gut zu pflegen, damit man grundsätzlich einfach eine schöne Haut hat. Und ohne, dass man noch mehr dazu tut, quasi sich schon so wohl fühlt. So, dass man auch gerne ungeschminkt das Haus verlässt. Ihr wisst, ich liebe meine Hautpflege von Beauty Mates. Heute habe ich auch wieder einen tollen Rabattcode für euch erhalten. Über 30 Prozent. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und ich liebe und habe euch auch schon öfter gezeigt, zum Beispiel meine Beauty Mates Hyaluron Cream Boost. So heißt die. Das ist meine Basis, die ich mir jeden Morgen aufs Gesicht auftrage. Davon gebe ich mir etwas in meine Handfläche und mixe sie dann mit einem der Booster. Beauty Mates ist eine junge Marke aus Deutschland, aus Bayern kommen sie, die sich auf Wirkstoffkosmetik konzentriert haben. Das heißt, in ihren Produkten, in allen Produkten sind wirklich nur die Wirkstoffe drin, die die Haut benötigt, ohne zusätzlichen Klimbim, der eigentlich nicht nötig ist in der Hautpflege. Und das ist das Schöne. Und die Booster können immer mit den Cremes oder auch mit den Cremes, die ihr bereits zu Hause habt, kombiniert werden. Ihr könnt sie also in die Creme hineinmischen oder pur verwenden. So mache ich das heute auch. Ich verwende den Augenlifting Booster. Das ist übrigens der Booster, der bei euch am allerbesten ankommt. Zumindest ist es das, was bei mir ankommt. Da gebe ich einfach einen Tropfen rechts und links von dem Booster unter meine Augen und arbeite das schön ein. Und mit dem, was ich jetzt noch am Finger habe, fahre ich auch hier oben lang. So ist die Haut, die feine Haut ums Auge herum, wo die meisten Fältchen sich bilden können. Optimal versorgt, liftet sich auch so ein bisschen. Das heißt, da kommt so ein bisschen mehr Spannung rein und ist somit optimal vorbereitet für gleich das Make-up, was kommt. Aber in meine Creme, die ja jetzt noch auf das ganze Gesicht kommt, mixe ich dann zum Beispiel noch den Coffee in Wake-up Booster hinein. Da gebe ich einfach drei Tropfen mit in die Creme. Das vermische ich miteinander, trage mir das aufs ganze Gesicht auf. Und habe so meine Haut optimal vorbereitet für alles das, was folgt. Sie sieht saftig aus, sie sieht gut versorgt aus. Und wozu ich auch immer rate, ist vielleicht am Vorabend oder generell vielleicht so dreimal die Woche auf jeden Fall auch ein Peeling zu machen für seine Haut, um die alten Hautschüppchen zu entfernen. Auch da hat Beauty Mates einen sehr schönen Booster. Das ist der AHA Glow Booster. Den gebe ich mir gerne abends auf, entweder in die Pflege gemischt oder auch mal pur, um eben dafür zu sorgen, dass sich die Haut erneuert, das Hautschüppchen, die alten Hautschüppchen abgetragen werden. Das Ganze insgesamt ein bisschen glatter wirkt und schöner. Mit meinem Code MAMAKU30 spart ihr jetzt aktuell also 30% auf eure Bestellung auf der Seite von Beauty Mates. Zum Beispiel für das Pretty Eyes Set. Das besteht aus der Hyaluron Cream Boost Cream und dem Augenlifting Booster, was ich euch jetzt gerade vorgeführt habe oder gezeigt habe, wie ich es aufgetragen habe. Das sind diese beiden Produkte. Ihr könnt selbstverständlich auch den Augenlifting Booster separat bestellen oder einzeln bestellen und in eure bestehende Hautpflege mit hinein mischen. Ebenso wie alle anderen Booster Coffee in Wake Up mag ich sehr gerne. Der Selbstbräunungsbooster ist toll. Einfach ein paar Drops davon in eure Tagespflege oder Nachtpflege mit reingeben und ihr habt eine super ebenmäßige, schöne Bräunung. Oder auch den AHA Glow, den ich euch auch gerade gezeigt habe, für abends dann für die Hauterneuerung. Ich glaube, die 30% sind schon echt ein Knaller. Aber ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden damit. Meine Haut verträgt es sehr gut. Das ist auch das Feedback, was ich von vielen von euch zurückbekomme. Viele lieben den Selbstbräunungsbooster. Viele lieben den Coffee in Wake Up und die meisten halt eben den Augenlifting Booster. Aber auch die Hyaluron Boost Cream kommt immer wieder sehr gut an bei euch. Und das ist eben das positive Feedback, was ich zurückbekomme. Nicht nur hier, sondern auch bei Instagram, teilweise auch in E-Mails. Und das ist eben auch der Grund. Ich benutze die Produkte selber sehr, sehr gerne. Aber das ist eben nochmal zusätzlich ein Grund, warum ich sie sehr gerne auch weiter bewerbe. Weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass selbstsensibelste Haut mit diesen Produkten von Beauty Made sehr gut klarkommt. Und das kann ich einfach nur weiterempfehlen. Und ja, damit haben wir den ersten Tipp quasi schon abgehandelt. Macht regelmäßig ein Peeling. Kümmert euch um eure Haut. Benutzt ein Serum, was passend für eure Haut ist. Benutzt eine Nachtcreme, eine Tagescreme. Und schminkt euch abends immer sehr gut ab. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner zusätzlicher Tipp, den ich mitgeben will. Dann haben wir nämlich die perfekte Basis, um jetzt mal loszulegen mit Foundation. Tipp Nummer 2. Weniger ist mehr. Egal, was jetzt kommt. Benutzt nicht zu viel. Ich habe das schon so oft gesehen, auch bei Freundinnen, die sich gerne schminken möchten, obwohl sie sich sonst vielleicht nur wenig schminken. Und dann geht wirklich teilweise eine getönte Feuchtigkeitspflege oder eine Foundation. Da kommt dann so ein richtiger kleiner Berg auf. Die Finger, dann wird es so gemacht. Und das ist einfach immer zu viel. Und das Problem dabei ist, man möchte die Haut ebenmäßig haben. Man möchte, dass sie schön ausschaut. Man möchte, dass sie gesund aussieht. Und man versucht, das mit mehr Produkt irgendwie zu erreichen. Meistens geht es leider in die Hose und es ist dann einfach wirklich zu viel. Also merkt euch auf jeden Fall, egal was ihr auftragt, weniger ist mehr. Ich liebe zum Beispiel auch einen guten Primer. Mein allerliebster ist dieser hier von Benefit. Und zwar meine ich mit Primer diese Produkte wie das hier, die dafür sorgen, dass die Poren quasi wie zugespachtelt werden und ihr eine ganz, ganz ebenmäßige Fläche erhaltet, auf der ihr dann die Foundation auftragen könnt. Es ist meist silikonhaltig und es sollte auch nicht unbedingt jeden Tag aufgetragen werden. Aber wenn ihr ein schönes, perfektes Ergebnis wollt, dann probiert es mal mit so einer Basis, mit so einem Primer. Denn der glättet wirklich Fältchen und vor allen Dingen Poren sehr gut aus, sodass ihr auf der glatten Fläche dann natürlich noch ein schöneres Ergebnis von eurer Foundation erwarten könnt, die ihr danach auftragt. Aber das nur am Rande, das kann man auch weglassen. Aber ein guter Primer sorgt natürlich auch dafür, dass die Foundation länger hält und so weiter. Also das ist nochmal so ein kleines zusätzliches Tool, was ich manchmal verwende. Und dann kommt Foundation. Ich habe hier die Touche Eclat von Yves Saint Laurent. Ich hoffe, da kommt noch was raus. Es ist so der letzte Rest. Ich gebe mir jetzt einen guten Tropfen auf meinen Foundation-Pinsel. Und damit starte ich. Und ich nehme auch erstmal nichts nach. Ich versuche damit auszukommen. Ich habe hier so leichte Rötungen. Ich habe so ein bisschen unruhige Haut, sage ich mal. Ich habe so ein paar kleine Narben hier drauf und Pigmentflecken. Und die möchte ich eben noch nicht mal unbedingt alle abgedeckt wissen, sondern ich möchte, dass sie ausgeglichen sind. Dass das ganze Hautbild ein bisschen ebenmäßiger aussieht, als es bei mir ist. Und da fange ich eben in der Mitte an. Ich verteile mir das erst, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Und verteile mir das dann mit meinem Foundation-Pinsel von der Gesichtsmitte weg. So über das ganze Gesicht. Ihr habt gesehen, wie wenig Produkt ich jetzt aufgetragen habe und verteilt habe. Und schon habe ich ein tolles Ergebnis. Die Foundation liegt jetzt nur ganz, ganz fein und ganz, ganz dünn auf meiner Haut. Ich habe sie eingearbeitet mit dem Pinsel. Das hat alles so etwas ausgeglichen. Sie strahlt trotzdem von innen. Das macht natürlich auch die gute Pflege von vorher. Aber das ist im Grunde genommen das Ergebnis, was ich sehen möchte. Wenn es mal ein bisschen mehr sein darf oder wenn hier eine Rötung noch durchkommt, nehme ich auch gerne ein bisschen nach. Allerdings nicht mehr in ganzen Tropfen, sondern wirklich nur noch so ein Müh. Das mache ich jetzt einfach mal. Und das Schöne ist bei dieser Foundation... Oh, ist doch ein bisschen mehr geworden. Ich wische mal wieder ein bisschen ab. Bei dieser Foundation ist, dass man sie auch schichten kann. Also ich kann einfach problemlos nochmal über Stellen drüber gehen, wo ich sage, hier habe ich Besenreißerchen an der Nase zum Beispiel. Da kommen immer meine blauen Adern durch. Oder hier sind ein bisschen mehr Rötungen, die ich abgedeckt wissen möchte. Und so wie ich das mache hier mit meinem Pinsel, das ist von Miriam Yaks oder Yaks Beauty Line, der Pinsel in der Nummer 12. Das ist der Foundation-Pinsel. Der verteilt alles sehr schön, schluckt nicht so viel Produkt. Das ist einer meiner liebsten Foundation-Pinsel. Und damit kann ich die Foundation so richtig schön verblenden. Sie sitzt danach sehr gut auf meiner Haut und sieht sehr natürlich aus. Das ist so... Ja, also beim Concealer gilt das gleiche Prinzip. Weniger ist mehr. Und hier sind wir schon beim dritten Tipp. Concealer richtig auftragen. Concealer macht echt den meisten von euch Sorgen. Das leite ich davon ab, wie viele Nachrichten mich dazu erreichen. Und wie viele mich fragen, wie trage ich den richtig auf. Und irgendwie, der Concealer, der betont bei mir alles immer nur. Der macht die Fältchen unterm Auge noch schlimmer. Oder, also es gibt ja die unterschiedlichsten Probleme, die man damit haben kann. Zum Beispiel Tränensäcke, eingefallene Augenpartie. Oder auch besonders verfärbte Augenpartie, die dann grünlich oder bläulich schimmert, die einfach abgedeckt werden möchte. Und dazu bekomme ich so, so viele Fragen. Ich gebe jetzt ein paar Tipps weiter, Concealer richtig aufzutragen. Ihr werdet vielleicht gesehen haben, bei anderen Videos, dass gerade die jüngeren YouTuberinnen sich gerne hier so in dem Bereich so ein großes Dreieck ja hinmalen, sag ich mal. Sie wollen damit erreichen, dass dieser Bereich unterm Auge und auch die T-Zone aufgehellt wird und somit in den Vordergrund kommt. Das ist ja beim Contouring das gleiche Prinzip. Die dunkle Farbe lässt das alles zurückweichen quasi. Also das tritt zurück, was dunkel ist und was hell ist, kommt hervor. So kann man sein Gesicht ein bisschen formen mit Contouring und auch mit Highlighting beziehungsweise Sculpting, so nennt man es ja auch. Also Formen des Gesichtes mit diesen dunklen und hellen Farben. Und das würde ich jetzt im Alltag nicht machen. Ich mache das auch manchmal, wenn ich was besonders aufwendiges schminke. Aber für den Alltag und als Tipp generell, nehmt einen Concealer, der nur einen Ton oder zwei Töne heller ist als eure Foundation. Das soll gar nicht so wahnsinnig aufhellend sein. Und achtet darauf, ob ihr persönlich A, überhaupt einen Concealer benötigt. Ich persönlich verwende auch ganz häufig keinen. Ich habe aber auch nicht solche Augenringe und solche Verdunklungen. Wenn ihr sagt, ich brauche einen Concealer, ich möchte das abgedeckt wissen, unterm Auge. Ich habe hier so blaue Verfärbungen zum Beispiel oder grünliche oder rote. Dann nehmt einen, fangt erstmal an, einen zu verwenden, der vielleicht leicht ist. Die Haut hier unterm Auge ist wirklich sehr, sehr fein und viel, viel anfälliger auch für Fältchen natürlich als der Rest des Gesichtes. Und tragt den Concealer wie folgt auf. Das ist so ein Tipp, da haben sich schon ganz, ganz viele bei mir bedankt. Den hatte ich mal bei Instagram auch schon weitergegeben. Fangt hier innen am Auge an, gebt euch hier so ein Tröpfchen hin, spart diesen Mittelteil aus und gebt euch dann noch mal ein Tröpfchen hier außen hin. Ich mache das, weil ihr, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, ich habe hier immer eine Verfärbung außen am Auge. Das haben andere nicht, dann braucht ihr das nicht unbedingt. Ich mache das so und spare die Mitte aus. Und dann nehme ich einen Beauty-Schwamm. Den habe ich nass gemacht und gut ausgewrungen, weil ich damit am besten arbeiten kann. Der ist schön weich auf der Haut und ich kann damit hergehen und kann den Concealer, da wo ich ihn jetzt hingemalt habe, so richtig schön vertupfen und verblenden und so richtig schön einarbeiten in die Haut, damit die eventuelle Verdunklung abdecken. Und gleichzeitig habe ich auch noch ein angenehmes Gefühl auf der Haut und muss halt nicht so viel Produkt verwenden. Ich gehe auch ganz gerne noch mal damit über mein Augenlid, also mit den Resten, die hier dran sind, um das auch schon mal so ein bisschen auszugleichen, weil ich gleich mit Lidschatten darüber gehen möchte und da vielleicht auch manchmal Rötungen oder Äderchen zu sehen sind. So kann ich das auf jeden Fall schon mal so ein bisschen ausgleichen und abdecken. Und ich hoffe, ihr seht jetzt schon den Unterschied zu diesem Auge. Hier ist alles ein bisschen ausgeeben und ein bisschen abgedeckt und sieht irgendwie schon frischer aus. Und dadurch, dass ich diese Technik verwendet habe, nur innen einen Tropfen und nur außen einen Tropfen, habe ich am allerwenigsten Produkt in die Mitte gegeben. Also nur noch das, was an dem Schwamm dran war, habe ich quasi auf dem Weg nach außen auch hier unten hingetupft, aber erst hier ja wieder neues Produkt quasi eingearbeitet. Das sorgt dafür, dass ihr hier in diesem Bereich, in diesem mittleren Bereich, nicht so viel Produkt auftragen könnt. Und logischerweise wäre ich jetzt schon mit dem Applikator da so drüber gefahren, hätte ich natürlich hier auch ganz viel Produkt gehabt und demnach auch eintupfen müssen. Und dieses viele Produkt sorgt oft dafür, dass das eben dann im Laufe der Zeit auch in die Fältchen krabbelt. Das Gleiche haben wir, wenn wir jetzt das Ganze so lassen, weil das Produkt ist ja cremig und krabbelt dann vielleicht auch in die Fältchen. Deswegen auf jeden Fall Setten. Mit Setten meine ich einen Hauch Puder darüber geben. Auch hier wieder weniger ist mehr und das Ganze fixieren mit einem leichten Puder. Ich habe hier ein Puder von Shiseido, was wirklich super fein ist. Das heißt Synchro Skin Invisible Silk Loose Powder in Radiant. Und da ist ein kleines Schwämmchen dabei. Da gehe ich immer so rein. Das ist ein ganz, ganz weiches Schwämmchen. Und das Puder ist auch nochmal geschützt mit einem kleinen, feinen Netz. Da gehe ich jetzt rein und nehme wirklich nur so einen Hauch auf und gehe damit genau unters Auge und tupfe mir das genau über den Concealer. Das ist so fein gemahlen, dieses Puder. Und auch dieser Auftrag mit diesem super weichen Schwämmchen hier ist so, so angenehm. Das ist so fein, das Puder, dass es jetzt nicht nochmal so eine mehlige Schicht hinterlässt. Ich nenne das jetzt extra so krass, weil das manchmal leider so wirkt oder so aussieht, wenn ihr euch jetzt loses Puder relativ dick mit dem Pinsel oder auch mit diesem Beauty-Schwamm hier, wenn ihr da so eintunkt und das so rauftupft, dann sieht das ja aus wie so eine dicke Mehlschicht. Und die kann sich natürlich auch wieder super in die Fältchen setzen. Und wenn ihr ein Puder nehmt, was so fein wie möglich ist, dann verhindert ihr das. Und ihr fixiert nur den Concealer, dass die cremige Substanz nicht so in die Fältchen krabbeln kann. Und dadurch ist es halt nochmal gefestigt, dass alles da bleibt, wo ihr es hingemacht habt und einfach auch länger hält über den Tag. Das sind so meine Tipps, was den Concealer betrifft. Probiert es einfach mal aus und vor allen Dingen findet den richtigen Concealer für euch, der die Deckkraft hat, die ihr benötigt. Vielleicht braucht ihr auch nur eine ganz leichte. Dann gibt es noch so Hyaluron-Concealer, die super fein sind. Vielleicht braucht ihr eine stärkere Deckkraft. Dann nehmt noch weniger Produkt und versucht es mal, das mit so einem Schwamm oder auch mit den Fingern durch die Handwärme kann man das auch ganz gut eintupfen. Versucht das einfach mal. Der Concealer, den ich hier verwendet habe, ist übrigens aus der Drogerie, der True Skin High Cover Concealer Waterproof von Catrice. Bei meiner eher öligen Haut habe ich jetzt auch den Rest meines Gesichtes mit diesem leichten Puder fixiert und jetzt male ich mir die Augenbrauen nach. Ich habe nämlich in den 90er Jahren viel zu viel gezupft, sodass ich hier vorne überhaupt keine Härchen mehr erkennen kann. Deswegen muss ich mir die täglich nachmalen. Und das war auch ein Tipp von Jasmina, in ihrem Video die Augenbrauen zu betonen. Und da muss ich ihr beipflichten, das macht so, so viel aus, die Augenbrauen zu betonen. Das kann das ganze Gesicht schon verändern und ganz anders wirken lassen. Immer positiv. Das ist das, was ich feststellen musste. Ich habe viele Freundinnen auch, die ihre Augenbrauen überhaupt nicht nachzeichnen. Und immer, wenn ich ihnen sage, hey, wenn man so aufs Gespräch kommt, zeichne doch mal deine Augenbrauen so ein bisschen wenigstens nach. und die machen das dann, dann sind die immer so happy und dann kriege ich immer so tolles Feedback, dass ich das auch unbedingt als Tipp einmal kurz erwähnen möchte. Mein eigentlicher Tipp Nummer 4 ist aber... Ja, tragt, was euch glücklich macht. Das meine ich so, wie ich es sage. Egal, was danach kommt, wie ihr eure Augen betonen möchtet, ob ihr ein aufwendiges Augenmake-up schminken wollt oder etwas Dezentes, so wie ich es heute trage, tragt Mascara auf, die eure Wimpern schön betont, vielleicht sogar biegt oder einen schönen Curl reinbringt, eine schöne Biegung reinbringt und sie vielleicht sogar dramatisch aussehen lässt oder Kontur, Bronzer, Blush, Highlighter. Wenn ihr alles verwenden wollt, verwendet einfach alles. Wenn ihr dezent bleiben möchtet und wirklich nur einen Hauch von Bronzer auftragt oder einen Hauch von Blush und eure Augen gar nicht so viel betont, sondern wirklich nur Wimperntusche auftragen möchtet, das ist komplett euch überlassen, denn ich denke immer, so wie ihr euch fühlt, das macht euch attraktiv und da ist es egal, ob es der pinke Blush ist oder ob es der dezente Bronzer ist oder um welche Farben es sich handelt. Ganz wichtig, ich komme nochmal zurück auf einen der ersten Tipps, weniger ist mehr, auch hier nicht ganz so viel vielleicht verwenden, wobei ich immer denke, wenn es euch glücklich macht, wenn ihr euch gerne super viel Blush auftragt und damit glücklich seid, dann strahlt ihr das nach außen aus und dann ist es auch wurscht. Also es ist, wie gesagt, es ist nur Make-up, es sind nur Tipps von mir, die euch ja dazu bewegen sollen, ein bisschen was auszuprobieren, um euch besser zu fühlen und ich glaube einfach, dass die innere Einstellung, der glückliche Blick, wenn man damit zufrieden ist, was man gemacht hat, einfach dafür sorgt, dass man automatisch jünger und frischer wirkt. Tipp Nummer 5, tragt eine Lippenfarbe. Das ist zumindest bei mir immer so der letzte Schliff und auch wenn ich sonst gar nicht so viel gemacht habe, frische Lippenfarben verschönern einfach das Gesamtbild. Das ist einfach so. Zumindest bei mir. Ich habe jetzt auch keine besonders schöne Lippenkontur. Das heißt, bei mir sieht die irgendwie, wenn sie natürlich ist, immer so ein bisschen ausgefranselt aus. Also ich habe das nicht so schön scharf gezeichnet, wie viele andere. Da bin ich immer ein bisschen neidisch, wenn ich das sehe. aber eine Lippenfarbe sorgt bei mir immer dafür, dass ich mich gleich viel schöner fühle und auch irgendwie jünger, weil es auch die Lippen meistens ein bisschen voller erscheinen lässt, ein bisschen ebenmäßiger erscheinen lässt, nicht ganz so ungerade, wie meine Naturlippe ist und wenn ich ein Gloss verwende, auch gerne so ein bisschen voller aussehen lässt und gepflegter. Ich mag aber persönlich auch sehr gerne matte Lippenfarben. Egal wofür ihr euch entscheidet, tragt sie auf und fühlt euch wohl damit. Ich habe hier eine relativ neue Lippenfarbe von Dior. Die habe ich mir relativ neu gekauft. Die heißt Sensual und entspricht so ein bisschen eher so meiner Lippenfarbe und das finde ich für den Alltag immer ganz, ganz toll, wenn ich mir die aufgetragen habe und es sieht so super natürlich aus und trotzdem nach Lippenstift. Dieser Lippenstift ist matt und ich mag daran, dass ich ihn einfach so auftragen kann. Ich mag gerne Lippenstifte, gerade für den Alltag, die ich einfach aus der Handtasche hole und ohne Spiegel mal so nachmalen kann, ohne viel Aufwand zu betreiben. Aber man kann natürlich auch viel Aufwand betreiben. So mit Lip Liner und Abpudern vorher und eine knallige Lippenfarbe tragen, wenn es einem an dem Tag Spaß macht und einem Energie gibt. Dann finde ich das auch immer sehr, sehr schön. Also ich mag immer gerne oder ich finde, es ist ein guter Tipp, zehn Jahre jünger auszusehen, wenn man auch seine Lippen nicht außer Acht lässt, pflegt, regelmäßig peelt, schön eincremt, über Nacht eine dicke Pflege aufträgt, dass sie grundsätzlich schon gepflegt sind, wie bei der Haut auch und dann einfach einen Hauch von Farbe aufträgt, egal ob es ein Gloss ist oder eine Pflege oder eine Farbe oder auch eine knallige Farbe. Das ist wurscht. Ich finde, das macht das Gesamtbild einfach rund und sieht insgesamt einfach irgendwie viel besser aus. Ich habe noch zwei Zusatztipps. Der eine Tipp ist von Jasmina, macht euch die Haare schön. Da hat sie total recht. Also das sagt sie auch in ihrem Video und es ist, glaube ich, der letzte Tipp, den sie gibt. Sobald die Frisur sitzt, frisch gewaschene Haare, alles ist schön seidig, fühlt sich gut an, der Sitz stimmt, man fühlt sich wohl mit seinen Haaren. Egal, was ihr dann im Gesicht gemacht habt, ich finde, das gibt sowieso schon mal so ein jüngeres Aussehen. Ich trage meine Haare etwas länger und ich finde das schön, dass es bei meinem eher runden Gesicht hier so weich fällt und dann quasi meine Gesichtszüge auch noch mal so ein bisschen weicher erscheinen lässt. Also da, wenn ihr da unsicher seid, finde ich es auch schön, wenn man sich so ein bisschen mit Frisuren, mit seiner Gesichtsform beschäftigt und da vielleicht auch sagt, ich nehme jetzt einfach mal eine Beratung wahr bei einem guten Friseur oder beim Friseur meines Vertrauens und frage mal, was der sagen würde. Man muss sich ja nicht so entscheiden, wie der es einem vorschreibt, sage ich jetzt mal so, aber man kann sich ja mal ein bisschen damit beschäftigen und sich vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, vielleicht mal eine andere Frisur auszuprobieren, die vielleicht franselig ist, die vielleicht kürzer ist, die vielleicht irgendetwas in deinem Gesicht noch schöner aussehen lässt, als es sowieso schon ist und ich beschäftige mich auch einfach gerne damit. Ich gucke mir gerne Frisuren an, auch online, dann stelle ich mir vor, wie würde das bei mir aussehen. Ganz oft sage ich dann, nee, mache ich doch nicht, aber ist ja egal. Man kann sich ja so ein bisschen damit beschäftigen und ich bin aktuell sehr, sehr zufrieden mit meinen Haaren. Die sind so schön weich, die sind schön fluffig. Ich mag meine Frisur sehr gerne. Ich möchte sie insgesamt noch ein bisschen länger wachsen lassen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht schneide ich sie dann wieder ab. Aber insgesamt auch das Beschäftigen mit dem eigenen Aussehen an sich lässt uns oftmals besser fühlen, wenn wir dann mal was Neues ausprobieren, was uns dann am Ende auch noch gut gefällt. Und ein weiterer Tipp ist noch, tragt frische Farben. Ich bin ein großer Fan, wahrscheinlich wie viele von euch, von Schwarz. Ich trage gerne Grau und auch Braun und dunkle Töne und so. Dunkelblau finde ich auch sehr, sehr schön. Schmeichelt mir fast sogar noch ein bisschen mehr, je älter ich werde, als Schwarz. Aber ich liebe trotzdem Schwarz und ich trage das auch oft. Aber um jünger zu wirken, hilft es auch oft, eine frische Farbe zu tragen. So wie ich das heute gemacht habe. Es ist hier so ein schönes Magenta-Fuchsia, was ich heute trage. Und das lässt insgesamt das Gesamtbild irgendwie jünger erscheinen. Ich habe mich mal damit beschäftigt, mit dieser Farblehre und den Farbtypen. Da gibt es auch tolle Videos hier bei YouTube, die man sich anschauen kann. Und es gibt auch Bücher dazu. Und man kann im Internet natürlich auch viel darüber nachlesen, was man selbst für ein Typ ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welcher Farbtyp ihr seid. Man muss sich dafür zum Beispiel ungeschminkt vor einem Tageslichtfenster im Spiegel betrachten und dann halt schauen, welche Haut hat man und sich verschiedene Stoffe, die man wahrscheinlich auch schon im Schrank hat, einfach mal so vor die Brust halten, also direkt ans Kinn quasi und dann gucken, was schmeichelt meinem Ton und was nicht. Gelb zum Beispiel oder so ein Ockergelb lässt mich total blass erscheinen. Und wenn ich dagegen hier so ein Fuchsier anziehe, sehe ich frischer aus. Da kann man das so ein bisschen einordnen. Da muss man sich mehr mit beschäftigen. Das kann ich hier im Video nicht alles so erklären. Ich habe mich da selber stundenlang über Tage und Wochen mit beschäftigt und halt geguckt, welcher Typ bin ich, welche Farben schmeicheln mir. Und dann kommt natürlich noch dazu, welche Farben gefallen mir dann auch. Ich trage jetzt nicht per se alles, was mir diese Farbtypenberatung da jetzt vorschlägt, sondern ich gucke dann natürlich auch nochmal, was gefällt mir davon überhaupt. Und dann stelle ich aber fest, wenn ich diese Teile dann trage oder mir so vorhalte, ja stimmt, das macht auch das Gesamtbild irgendwie harmonisch. Also es ist so ein bisschen, so ein kleines Gefühl, so ein Farbgefühl, was das Gesamtbild einfach schöner erscheinen lässt. Und da kann man sich auch mal mit beschäftigen. Als kleiner Tipp zusätzlich. Jetzt habe ich noch am Ende des Videos eine ganz, ganz spannende Frage an euch. Wer nicht weiß, wie alt ich bin, den würde ich jetzt an dieser Stelle bitten, einmal aufzuschreiben oder es einfach laut zu sagen, wie alt ihr mich schätzt. Merkt euch das einfach mal und schreibt es gerne in die Kommentare. Ich verrate euch jetzt, wie alt ich tatsächlich bin und ich bin dann gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin 48 Jahre alt, werde in diesem Jahr, also 2022 49, gehe also stark auf die 50 zu. Und ich finde, ja, ich beherzige meine Tipps selber und ich fahre damit ganz gut. Zumindest bin ich so selbstbewusst, sagen zu können, dass ich mich gut fühle in meiner Haut und meistens auch so fühle, dass ich das Gefühl habe, aus meiner Sicht, ich wirke ein paar Jährchen jünger, als ich tatsächlich bin. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht schreibt mir der eine oder andere von euch jetzt, nee, da liegst du total falsch, du siehst ja aus wie 65, kann ja sein, aber ich bin da nicht so, also ich nehme das nicht persönlich, schreibt mir, was ihr wollt, ich habe da ein echt ein dickes Fell entwickelt in meinen acht Jahren YouTube, die ich das jetzt mache. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen, ja, Distanz wahren und so ein bisschen abgehärtet sein, da erreichen einen doch die einen oder anderen knallharten Kommentare das eine oder andere Mal. Ja, trotzdem hat mir dieses Video viel Spaß gemacht und im besten Falle hoffe ich natürlich, dass ihr irgendetwas aus diesem Video mitnehmen könnt, vielleicht mal was Neues ausprobiert, vielleicht etwas davon beherzig, damit glücklich seid. Das ist meine Intention, die hinter diesen Videos steckt, hinter allen Videos, die ich mache eigentlich, dass ich euch etwas mitgeben kann, dass ich euch gut unterhalte, im besten Falle, dass ihr etwas Positives mitnehmt, zumindest ein positives Gefühl und ja, dass ihr Spaß habt, an meinen Videos überhaupt sie zu schauen und natürlich vielleicht etwas für euch mitnehmen könnt. So, das wollte ich am Ende noch gerne sagen. Ich erinnere noch einmal ganz kurz an meinen 30% Rabattcode bei Beautymates und den Rabattcode und auch die Links dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Unter diesem Video könnt ihr die aufklappen und dann findet ihr die Links und auch den Rabattcode nochmal, könnt ihr ganz in Ruhe schauen, euch umschauen auf der Seite und den Rabattcode sehr gerne einsetzen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank auch, dass ihr bis zum Ende drangeblieben seid. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Video. Schaltet gerne wieder ein. Tschüssi!